Heyo Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir auf meinem Kanal und ja wenn euch das ganze gefällt dann lasst ein Like und ein Abo da, würde mich mega freuen und wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt von Ark, Fortnite, von Spiel halt so, dann macht die Glocke an, dann verpasst ihr kein Video mehr, dann kriegt ihr Benachrichtigung, das ganze ist kostenlos und ja, wir starten in die Runde rein. Und ja Leute, ich habe mir den Ninjas gekauft, im Shop. Ja, ho, ho, ja, ho, ja, ho. Perfekt, Digga. Nice. Ihr seht, bam. Was machst du hier für ne Scheiße? Meld dich doch. Okay. Ich kann auch meine Maus einstellen, dass sie so richtig hässlich spielt. So. Guck mal, ich bewege die nur ganz langsam. Jetzt ist sie so. Ist sie so. Dann ist sie so. Dann ist sie so. Egal, Leute, das ist so hässlich. Leute, wir spielen aber so gut. Ähm. Durchsuche Truhen. Brauchen wir eigentlich null. Eliminierung mit Railgun. Brauche ich auch nicht. Geh lazy. Lazy ist gut. Junge, wir müssen noch 24 Sekunden warten, der ja. Ich kann ja schon mal ein Tanz sein. Ja, perfekt, der ja. Super, der Tanz ist wirklich Legende. Oh, es geht los. Perfekt. Wir spielen insgesamt zwei Runden. Wenn wir sterben, wenn wir kurz sterben, dann halt mehr so, aber gute Runden halt zwei oder eine, wenn die halt sehr lang wird halt. Und ja. Wir gehen jetzt erst mal zu Lazy Lake. Und ja, Freunde, meine Haare sind einfach scheiße. Perfekt. Ich hoffe, wir sterben nicht gleich. Aber sonst rastet sich aus. Am Nacko. Perfekt. Okay, Leute. Wir gehen. Scheiße, wir sind ganz woanders von Lazy Lake. Warum blinkt es da so? Da gehen wir jetzt mal hin. Ach so, der ist auch gerade auf. Nö, da gehe ich nicht hin. Dann klicken. Puh. Erst da brauchen wir eine Waffe. Eine Sniper wäre eigentlich ganz gut. Weil ich bin Sniper, bro. Äh. Boah, Junge. Ah, hier ist schon mal ein Muni. Eine Muni-Uni. Ah, Sniper. Okay, mit 13 Schuss. Oh, nee. Ist ja komplett scheiße. Okay. Deiner, ne. Äh. Hier ist auch keiner, ne? Nee. Äh. Leute, meine Haut lebt am meinen Tisch. Das ist, äh, so scheiße. Weil der ganze Tisch nass geschwitzt ist. Und meine Maus ist auch komplett. Äh. Oh, fuck. Ich habe einen Boss angeschossen. Fuck, fuck, fuck. Lauf, 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 lauf. Wuuuuh. 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 Du musst laufen. Oh, sheesh. Ein Schuss, Digga, die war weg. Ein Schuss und die war weg. Aller, Leute. Mega. Wuuuuh. Wuuuuh. Okay. Wenn wir so weitermachen, könnten wir das Ding holen. Schreibt alle mal, äh, Hashtag Fortnite Pro in die Kommentare. Mhm. Schreibt die mal in die Kommentare. Das Ding ist, bei einer Sniper ist es halt so, dass man halt, ja gut, ähm, dass man halt den Durchblick hat und alles, was weit weg ist, halt nahe sieht. Und wenn da halt ein Gegner ist, den du mit einer normalen Waffe halt nicht triffst, dann kannst du den halt Snipern so. Und ihr habt ja gesehen, einen Schuss und der war weg. Perfekt. Äh, okay. Ah, ja, okay. Gut, auch noch. Easy. Boah, hier ist noch ne Druck. Alter, hab ich heute Lack, Alter. Ich hab heute Lack gesoffen. Oh, fuck, ich hab da nicht geschossen. Nein, ich hab nur noch 10 Muni. Oh, Mann. Ich brauch mehr Muni, Alter. Perfekt. Hier ist doch irgendwo nochmal Muni. Safe. Ah, hier sind... Äh, Schrauben und Muttern. Oh, diese Scheiß-Wildschwein haben in der Call. Mann. Das geht dann ja richtig auf den Senkel. Jetzt bin ich ein bisschen infiziert, oder was? Ja. Sorge schon, danke. Mhm. Hier nochmal ins dieses Haus rein. Ich brauch auf jeden Fall irgendwie Sniper-Muni. Ah, Sniper-Muni. Wow, 16. Ja, okay, ist besser als nix, ne? Oh, hier nochmal. 22. Oh, Alter, hab ich heute Lack, Digga. Nice. Ah, die Waffe können wir mal austauschen. Oha, die hat ordentlich gebracht. Okay, nice. Find ich gut. Ich hoffe, wir sterben jetzt nicht. Ich hoffe, äh, ist schon ein Kill, Digga. Ah, mein Mikrofon, Digga. Wer kennt's nicht? Das Mikro macht sich selbstständig. Perfekt, Digga. Oh, Sniper-Muni. 28. Ja, reicht easy, Digga. Reicht easy. Noch mal für die. Ja, 105. Äh, perfekt. Nice. Mhm. Aha. Aha, aha, aha. Wir stellen uns da oben mal auf den Berg. Ich weiß gar nicht, wie die Zone ist. Ja, easy. Warte, hä? Ach so. Ferrari 269 GTB. Alter, der braucht... Diese Prüfung braucht kein Schwein, Digga. Ich hab die zwar mal, ich hab die zwar, zwei oder dreimal versucht so, aber ging halt nicht. Also, das ist kacke. Alter, wenn ich jetzt von hier irgendeinen treffe, ne? Und der stirbt dann wegen mir. Oh, Alter. Oh, Alter. Was war das? Hier müsste aber irgendwo einer sein. 100 pro. Hey, der Hydrant da, Alter. Man hat voll den Durchblick bei, ähm... Der Sniper. Der Sniper. Okay. Okay, ich werde angesnipert. Das kam von... Kann das von hier? Alter, wie die Brücke da hinten aussieht. Einfach nur lost. Das kam safe von hier, Alter. Eben war da irgendwas. Irgendwas war da. Wir gehen mal lazy. Äh, genau. Da, wo ich nicht hin... Da, wo ich hin will, ist keiner. Das ist sehr gut. Hello. Da sind safe welche. Die schnetze ich alle weg. Junge, hier wird geschossen. In der Richtung. Hier so. Da hinten irgendwo. Leute, da! Oh, scheiße. Ha! Leute, schisch. Und dich auch noch wegflexen. Oh, nein. Wuh! Oh. Easy, Digga. Äh, okay. Das Medipack nehme ich unbedingt mal mit. Das könnte ich auch gut gebrauchen. Aber, Leute, zwei Kills, Alter. Schade, dass die nicht direkt reingegangen sind und ich die direkt gekillt habe. Aber so ist es nun mal. Man kann nicht immer alles erwarten. Juuu. Schade. Wir machen weiter mit Sniper. Okay, da ist dieser Ferrari. Und diese Ferrari 269 GTB oder so. Ach, genau. Äh, hm. Alter, das Haus ist aber ziemlich zerbrannt, Digga. Schiech. Lazy sind gar keine, ne? Die sind hier nicht mehr. Oh, der... Ja, okay. Ich muss meditieren. Oh, mhm. Leute, einmal meditieren. Okay, reicht. Ähm, ja. Wir stehen hier mal. Erst mal fünf Stunden. 5000 Jahre. Und warten bis... Ja. Junge! Bist du ein komischer... Weiß ich nicht. Habe ich den eigentlich schon? Ah, ja. Ich kann ja mal meditieren. Äh... Durchsuche Vorratssieferung. Äh, hm. So. 80. So, jetzt noch einmal hier. Oh, oder was? Oh. Oh, mhm. Äh. Okay, reicht. Danke. Scheiße, da ist einer. Guck, den Locker. Ja, wo ist der? Hä? War er nicht eben noch hier? Oh. Wieder mit Sniper-Schuss. Oh, goldener Raketenwerfer. Alter. Wir nehmen mal ein Medi... Zwei Medi-Packs mit. Boah, sheesh. Goldener Raketenwerfer. 25 Schuss... Äh, Schuss bei der Sniper. Und drei Kills. Besser kann die Runde nicht funktionieren. Beste. Und wir sind nicht mal einmal gestorben. Ja, okay. Sonst... Ja. Nice. Es leben noch 13 Leute. Tee. Also, 12 mit mir 13 halt quasi, wer es nicht kennt. Sad life. Ich verstecke mich jetzt hier so hinterm Baum. Und Sniper. Wo ist die Sau? Oh. Kann ich die anschießen von hier? Bestimmt. Oh, fuck. Da hinten ist einer. Scheiße, ich hab nicht getroffen. Ey, hier sind zwei auf mich. Mann, ich treff dich nicht. Ich treff ihn nicht. Ha. Okay, ich komm mit Raketenwerfer, Digga. Ich hab Raketenwerfer. Das, was du nicht hast. Ich hab daneben geschossen, Digga. Bam. Perfekt, ey. Boah, jetzt muss ich mir auch präsentieren, ich sterbe, Alter. Nice. Auf, ja, Leute. Digga, fünf killt schon. Leute. Die beste Runde meines Lebens, Digga. So, erstmal Medi-Pack-Snacken hier. Ich muss erstmal was trinken. Hört ihr das? Meine wunderschöne Flasche. Okay, Leute. Alles klar. Digga, fünf Leute schon getötet. Tötet. Äh, okay, hier ist niemand mehr, ne? Nee. Oh, fuck. Da kommt wohl einer mit Raketenwerfer an. Wusstest du so? Da unten ist sie irgendwo. Da hinten. Perfekt. Oh, noch ein, äh, Raketenwerfer. Leute, beste Runde ever, Alter. Wie viel... Wo ist der Raketenwerfer? Wir gucken, wie viel Schuss der hat. Da unten. Weil dann tausche ich ihn gegen meinen aus. Ja, ein, wow. Passt. Leute. Sechs leben noch. Puh. Leute. Ich schwitze. Okay, ich muss in die Zone. Da wird, glaube ich, schon wieder gebaut, oder? Ja. Okay. Wenn wir das schaffen, der... Oh, Leute. Drückt mir die Daumen. Und schreibt unten in die Kommentare. Hashtag Fortnite Pro. In die Kommentare. Da hinten sitzt sie. Was? Wo kam die her? Ah. Taten müssen weh, aber... Läuft, Leute? Oh, Leute. Meine Hand dröhnt. Ich hab voll gegen den Tisch gehauen. Bam, Alter. Oh. Mann. Okay, das reicht auch mal wieder. Leute. Oh. Mhm. Aha. Aha, aha. Interessant. Ich will unbedingt den hier haben. Bonusbelohnung. Der ist auch mega cool. Nee, das war der Film. Den wir auf jeden Fall haben. Hallo. Ja, Leute. Das war's wieder mit diesem Video. Ich sag ciao. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. iedy. Bis zum nächsten Mal.